Oh, voll langweilig hier. Irgendwie ist gar nichts los. Dabei wäre es so cool, wenn hier im Erzgebirge mal was starten würde. Ihr wisst doch sicher, was ich meine. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich selber schon einige Ideen im Kopf. Wie wäre es denn mit einem öffentlichen Sportplatz? Wäre doch gut, wenn man nicht ständig über den Zaun klettern muss, um Fußball zu spielen. Oder ein Open Mic im Jugendclub? Wie wäre es damit? Habt ihr auch Lust, eure kreativen Ideen auszuleben und die Region zu stärken? Dann seid dabei bei der Jugendkulturschmiede Erz. Hier könnt ihr aktiv an kulturellen Projekten mitwirken und eure eigenen Ideen einbringen. Kommt einfach vorbei zu den Orten der Kultur. In einem Workshop bringen wir unsere Ideen zusammen. Und natürlich ist auch für gutes Essen gesorgt. Seid auch ihr Teil einer Gemeinschaft, die etwas bewegt.